So, Spezialkistenabwurf mit Captain Lee auf dem Weg zum Abwurfplatz. Spezialkitze wurde abgeworfen. Es ist in 5,5 Kilometern. Du bist ja vollgehackt ohne Hände mit Tattoos. Das ist ja Wahnsinn. Oh mein Gott. Rote Unterbodenbeleuchtung. Das sieht aber mal schick aus. Alter, so kommen wir ja nie an. Hast du noch nie eine Spezialkiste aufgesammelt? Da sind dann ein paar Mafiosis, die die Kiste beschützen. Und die müssen wir wegnatzen. Und da ist Geld drin. Und Monizieren. Alter, das schießt ja hier nur Feuer, du. Das sieht gut aus. Mach's gut. Ja, noch 3 Kilometer. Sollten wir es schaffen, bevor die weg ist. Ja, ich habe noch eine Zeit. Ihh, da hüpft eine Affe. Was meinst du? Warst nicht in der Inspektion, oder? Ich mach mal kurz das Fenster auf. Warte mal kurz. Ups. Ich muss sagen, ein bisschen Ähnlichkeit hat er ja mit dir. Der Käpt'n Haudegen. Oh, Telefon. Guck mal, was ich gerade hab. Das ist eine Handwerksmine. Oder hier. Pass auf, hier. Na? Na? Eine Rauchbombe. Eine Gas-Trenengasbombe. Hey. 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 Hey, du. Gib mir dein Geld. Oh, wir sind da. Okay. Ich denke mal, wir werden gleich beschossen. Ich werde beschossen. Siehst du das kleine grüne Fragezeichen auf der Karte? Da gehst du jetzt mal hin und schießt da drauf und machst die Box auf. Komm her. Ich kümmere mich um die Typen. Oder kannst du es einsammeln? Früher war es eine Kiste. Ne, sammle einfach rein. Zack. Und? Was war drin? Ja. Happy Birthday. Oh, ich geh weg. Warte. Warte. Ich mach mal ein Screenshot von dir kurz. Yeah. Stark.